Ja, ist okay. So, herzlich willkommen zurück. Es war gerade so ein richtiger To be Continued Moment. Wir gehen jetzt hier gucken und machen hier Aufgaben. So, Sabotage. Natürlich machen wir jetzt erstmal hier den Reaktor. Ja? Den hatten wir schon lange nicht mehr. So, da laufen wir jetzt mal ganz, ganz schnell hin. Gut. Machen hier noch eben was. Um den Schein zu wahren. Aber da geht keiner hin, oder was? Als ob. Ich bin ganz, ganz mal anders. Okay. Gut. Gut, dann gehen wir hier mal kurz rein. Mich hat eigentlich so fern noch niemand gesehen. Da können wir gleich dann direkt in den Van hüpfen. Falls hier gleich jemand kommt. Ich bin gespannt. Kommt hier jemand? Komm. Kommt Leute. Da ist Conny. So. Du, 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 du. Da ist Simon. Okay. Einen haben wir auf jeden Fall schon mal. Wir machen mal hier O2. O2. Ach, das schaffe ich aber. So. Äh. 7, 8, 3, 6, 2. So. Dü, du, 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 du. Und gehen hier hin. Und gehen zurück. Und töten den. So. So. Oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Elektrik. Elektrik. Also. Auf meinem Weg. Ich bin nach rechts gegangen. Dann einmal runter. Durch Admin wieder hoch in die Cafeteria. Und auf meinem ganzen Weg rum habe ich nur einmal der Tanker gesehen. Ich hab. Ich, als ich nachm. Als ich den Notfall da repariert habe, ist Liam reingekommen in Admin. Dann bin ich runter gegangen zum Shield. Und als ich dann weiter nach rechts gehen wollte, zur Spitze da ganz rechts, ist mir dann Moritz entgegen gekommen. Und dann doch noch wieder nach oben gelaufen mit mir. Und dann ist er halt weiter gegangen. Mehr hab ich nicht gesehen. Alexi ist gleich safe. Ja. Das war's. Mehr weiß ich leider nicht. In Elektrik war ich noch gar nicht. Moritz, wo warst du? Moritz läuft so komisch rum, mein ich mal, ne? Das ist so krass. Ja, so ist das Leben, Lexi. Moritz, wo du warst, frage ich. Also, ich bin nach rechts gegangen. Dann bin ich runter in diesen Com-Raum, wo der Computer ist. Mhm. Dann bin ich da raus, weil dann gab's Alarm, Reaktor-Alarm. Da bin ich in die Richtung gegangen, aber dann wurde er schon gemacht. Und dann bin ich wieder zurück gegangen, weil ich noch zur Navigation musste. Und dann kam dieser Ozon-Alarm. Dann bin ich da erstmal hingegangen, hab den dann ausgemacht. Ja, und dann bin ich wieder in die Navigation gegangen und dann hab ich Lexi gesehen. Mhm. Und Simon, wo warst du? Also, ich bin zuerst, äh, nach rechts gegangen. Bei dem Steuerungsraum habe ich da, äh, oben die Drähte, oder. Also, beim Steuerungsraum habe ich die Drähte gemacht. Dann bin ich weiter runter gegangen. Bei O2 habe ich die Plätter da gemacht. Dann bin ich einmal, äh, beim Lagerraum hoch zum Admin gegangen. Da hab ich die Karte gemacht. Dann, oh, shit, äh. Ja, da war ich in der Cafeteria, habe da noch was gemacht. Und jetzt bin ich in... Äh. Ich hab keine Ahnung, er darf skippen. Warte, bei vier Spielern ist es immer dumm zu skippen, finde ich. Ja, ist okay. Okay. Komme ich mit klar. Ich drücke auf den Vote, es passiert nix. Bei drei Sekunden. Ach, du bist Sebastian, bleibt da stehen. Oh Gott, 18 Sekunden? Neon, geh weg von mir. Okay. Ach ja, stimmt, wir dürfen ja geitreden. Sorry. Gewonnen! Nein, ich dachte ich mir doch, dass es älgerin ist. Äh, Xy, 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 ich bin da so komisch gegangen, weil, bei den Ozondingen, da lag Magnus. Und ich dachte, du gehst da jetzt hin, aber dann bist du doch wieder zurückgegangen. Wie beim Ozonding? Ja, wo man diesen Code da eingeben muss, wenn Alarm ist. Aber das habe ich doch gemacht. Ach so, danach dann. Ne, du hast ihn wahrscheinlich im Admin raum gemacht. Ich meine da rechts, als du dann gekommen bist, weil da lag Magnus halt davor. Ach so. Und deswegen bin ich so komisch gelaufen. Äh, ich muss retryen. Da wollte ich nämlich vor dir reporten und dann so tun, als ob du es gewesen warst. Na ja, danke, danke. Ist doch weggegangen. Glück gehabt. Aber wie ging jetzt der Lexi-Wort durch? Jetzt komme ich einmal nicht hin und dann wird Lexi rausgebracht. Weil Alarm nicht gestimmt haben und Moritz gestimmt hat. Wieso stimmt ihr denn nicht ab? Ja, ich habe gedrückt bei drei Sekunden. Passiert aber nichts mehr. Für wen hattest du gedrückt, Leon? Für dich. Oha, bist du gemein. Ja, du warst mir suspekt. Na ja, ich habe eigentlich die Wahrheit erzählt. Genau das war mein Gang. Außer den Elektro-Raum, den habe ich nicht erwähnt. Na ja. So, wir sind wieder Imposter. Ei, ei, ei. Wir gehen jetzt erstmal in den Elektro-Raum, weil der so cool ist. So, wir machen mal die Communication. Das ist mir jetzt auch egal. So. Den tüten wir. Da machen wir den Raum jetzt erstmal zu. Und gehen ganz, ganz schnell nach hier oben. In der Hoffnung, hier oben sieht uns jemand. Dass wir ein Alibi haben. Da ist niemand. So. Sabotage können wir gleich machen. Düt, 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 düt. Oh. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, das sind alle. Okay, dann gehe ich dahin. Dann gehe ich dahin. Düt, 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 düt. Äh. 8, 6, 8, 6, 2. Oh, er war schneller. Er war einfach schneller. Das ist ja hier gemein. Hier, bitteschön. So. Oh, wow. Wow. Toll. Toll. Ich will hier rein. Ich will da rein. Oh, können wir da jetzt durch? Super. Super, super. in mein lieblingsraum in elektrischer ich habe kein verdächtigen ich habe nur simon ganz am anfang gesehen ich bin jetzt gleich für 500 tags aber ich bin ich war nur ein ding jetzt warst du die ganze zeit bei dir echt? ja kann sein ich hab dich ja einmal gesehen hast ich fand es witzig wie wir bei admin was die gleichen aufgaben hatten ich musste nur bei der karte einmal mehr machen ich meine gesehen zu haben dass magnus mal unten bei diesem treuraum war mit simon und moritz ja da waren kommunikation unten neben shields ja kommunikation und dann nochmal kurz los also ich bin ja stark wie moritz aber es kann auch sein dass es lexi war du bist immer fischig ja moritz weil du immer fischig bist ja ja lexi lexi was hast du gemacht wo warst du denn ich war ich war so ich war bei shield als die comms mission äh notfall war dann bin ich zum admin gelaufen und aufm ja genau da bin ich zum admin gelaufen hab dann meine kabel gemacht mein load da und dann bin ich Richtung electrical gerannt weil ich halt in electrical äh eine aufgabe habe und ja hab liam gefunden also ich war eigentlich ganze zeit rechts dann mitte und dann bin ich Richtung liam gelaufen ja das ist richtig kacke ach simon lasst ja zusammen rumlaufen ok ja wir skippen uns zusammen rumlaufen ah scheiße sorry wie sorry wollte ich nicht ich wollte skippen wow ah glücker ja ey ich hab doch gewotet wieso spack das denn jetzt rum das ist eh letzte zeit buggy ne ich hab vollen leon herum fliegen sehen fand ich schon lustig ach so so wir machen das immer eben zu Ende simon wartet da wie soll immer so so das macht er er geht mir hinter er so wir müssen jetzt ganz ganz schnell dahin gut 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 ah da ist lexi da ist lexi da ist lexi noch 6 5 4 3 2 1 ja mies ihr könnt ja nicht so rumlaufen aber da nicht hin reden also wenn ich bin zu medbay gegangen und dann also es war mir so klar es war nicht so kackig in dem ich war da nie 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 ich war da echt nie wo es kommt wo es kommt da natürlich du warst 3 rdb nein da waren lexi lexi und simon scheiße ja genau richtig ja lexi okay So, es gibt jetzt noch eine Folge, weil wir jetzt gerade noch mal im Poster sind. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ist jetzt so. Okay, der macht das. Mal kurz gucken, okay, da ist niemand. So, wir gehen mal ganz, ganz schnell weg. Und gehen mal hier hinten hin. Geh mal ganz, oh Gott. Da, 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 da. Eigentlich wollten wir so eine Dingsphase machen, dass wir Leute spionieren, aber ich habe jetzt so Glück, dass ich so oft im Poster hier bin. Das ist ja lächerlich. Das ist einfach lächerlich. So, eben hier Alarm anschließen. Äh, 0, 7, 6, 2, 6. Wir warten mal, bis mich jemand sieht. So, ich habe okay gemacht. So, ich hoffe, ich hoffe, ey. Wir gucken, wir machen da mal sicherheitshalber die Türen zu. Wir gehen runter. Und machen jetzt erstmal hier das hier. So. Und verschwinden ganz, ganz schnell. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Liam und ich sind vom Electrical Raum gewesen. Und die Tür war zu und wir haben gewartet und uns reingegangen und da lag dann... Und Conny ist auch, glaube ich, safe. Conny, wo warst du gerade? Ich war... Also gerade eben bin ich gerade mit Dings reingelaufen und habe mir diese Prygentskis auch gefüllen lassen. Ja, ich dachte mir auch, dass du irgendwo oben bist. Also ich würde sagen, es ist Granger. Ja. Wart ihr beide die ganze Zeit zusammen? Liam konnte nicht die Person im Electrical töten. Das geht nicht. Also seid ihr von Anfang an zusammen? Ne. Aber die Tür war zu. Die Tür war zu. Ja, aber das könnte ja auch einer von euch gewesen sein. Ne, komm, Alter. So retarded sind die nicht. Lächerlich. Ich werde es auch nie, ey. Ich war bis jetzt noch gar nicht im Poster. Moritz, ich werde dich so ficken. Okay. Immer geht Moritz auf. Deswegen. Das ist Moritz. Ja, das war es. Moritz und Sex.